Gott ist größer als Jesus, so wird gesagt, weil in der Bibel steht das auch so. Und da gucken wir mal, was genau da steht und was es bedeuten soll. Denkt an das, was ich euch gesagt habe, ich gehe weg und komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich liebt, dann werdet ihr euch für mich freuen, weil ich jetzt zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und daraus wird jetzt abgeleitet, ja, wenn der Vater größer ist, dann ist es ja klar, dass Jesus nicht Gott sein kann. So Muslime und Antitrinitarier. Ich würde jetzt sagen, und? Jesus ist größer? Ja. Also, menschliches Beispiel. In einer Königsfamilie sind die nicht alle die Herrscher? Ja, aber ist der Prinz und der Vater, der König, ist der Vater nicht größer als der Prinz? Und trotzdem sind sie alle königlich? Wir glauben nochmal an eine Dreieinigkeit. Und deshalb kann es durchaus in einer Einheit auch eine Art Hierarchie geben. Der Vater ist natürlich größer als der Sohn. Also, das ist das Normalste in jeder Familie, in einer Königsfamilie. Und warum soll das nicht, wir haben jetzt allerdings keine Götterfamilie, sondern ein göttliches Wesen. Man könnte auch sagen, der Vater, der sendet ja das Wort. Und der, der sendet, ist auch größer als der, der gesandt wird. Man kann da verschiedene Beispiele nehmen. Aber es ist immer wieder so, es kann, man kann es sehr wohl in der Dreieinigkeitslehre, innerhalb der Dreieinigkeitslehre macht es absolut Sinn zu sagen, Gott ist größer. Aber, jetzt wollen wir es trotzdem mal genauer angucken. Wir wollen ja nicht gleich schon das Video beenden. Da heißt es hier, denn der Vater ist größer als ich. Da steht Mazon, dieses Wort, größer. Jetzt muss man natürlich auch mal gucken. Johannes ist so ein bisschen ein spezieller Fall. Johannes verwendet die Worte sehr bedacht. Er verwendet wenige Worte, einfache Worte, aber die Worte, die er verwendet, mit viel Bedacht. Und auch immer wieder. Man ist da nicht auf sich gestellt, dass man nicht weiß, was soll man jetzt denken oder wie soll man vielleicht diese Worte im Einzelnen übersetzen, sondern im ganzen Evangelium wird es immer wieder gebraucht. Die selben Worte und dadurch kriegen die auch noch eine stärkere Bedeutung, gewinnen die an Farbe. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie dieses Wort Mazon einerseits verwendet wird. Zum anderen heißt es aber auch, weil ich jetzt zum Vater gehe. Denn das ist der Kontext. Es geht ja darum, okay, Jesus geht jetzt zum Vater. Proston patera. Wo kommt diese Wortgruppe noch vor? Was ist damit gemeint? Und da merkt man schon, dass diese, wenn wir das jetzt angucken wollen, da merkt man schon, dass diese Worte ganz besonders in einem bestimmten Abschnitt vorkommen. Nämlich von Johannes 13 bis 17. Das ist dieser Bereich, der die letzten Stunden von Jesus, muss man sagen, wo Jesus in dem Obersaal war mit seinen Jüngern und dort noch letzte Dinge erklärt, Verschiedenes mit ihnen macht und redet. Und in diesem Zeitraum, nur in diesem Zeitraum, ein sehr kurzer Zeitraum im Leben von Jesus, der aber im Johannes-Evangelium sehr intensiv geschildert wird, da spricht er immer wieder Proston patera, Proston patera. Da geht es immer wieder um dieses zum Vater gehen. Aber es fängt schon früher an. Wenn wir in Johannes 1, Vers 2 gucken, da steht nicht dasselbe Wort, aber es klingelt. Wenn man das im Griechischen liest, da heißt es nämlich Prostontheon. Bei Gott. Das Prost ist eben nahe bei, von Angesicht zu Angesicht mit Gott sein. Und das war das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Prostontheon. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott, Prostontheon. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. Also, das Wort Gottes war von Anfang an. Jesus war von Anfang an. Angesicht zu Angesicht mit Gott. Von Anfang an heißt vor der Schöpfung, weil die Schöpfung kommt ja hier erst in Vers 3. Jesus war vor der Schöpfung bei Gott und war Gott. Und in Johannes 1, Vers 9-10 heißt es dann nochmal, der, auf den er, Johannes der Teufel, hinwies, war das wahre Licht, das in die Welt kommen und jeden Menschen erleuchten sollte. Er war schon immer in der Welt, doch die Welt, die durch ihn geschaffen wurde, erkannte ihn nicht. Also hier geht es nochmal darum, dass der in die Welt reinkommt. Also, Jesus war bei Gott, kam in die Welt und jetzt ist die Zeit, wo er zurückgeht. zurückgeht zum Vater, in die enge Gemeinschaft mit dem Vater. Proston Patera, wo es dann nochmal auftaucht. Ganz wichtig, ganz zentral und eigentlich das, was jetzt am Anfang von diesem Abschnitt steht, wo uns das gezeigt wird, insbesondere dort, wo die Worte das erste Mal wirklich vorkommen, da muss man genau hingucken, wie wird definiert, worum geht es. Und das ist die wunderbare Geschichte, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Und da wird nochmal gesagt, was in Jesus vorgegangen ist, was er im Kopf hatte, mit welcher Intention er das gemacht hat. Da heißt es, Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er wusste, okay, jetzt ist die Zeit, jetzt gehe ich zum Vater zurück. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles, also uneingeschränkte Macht über alles, das heißt Allmacht gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war. Er war ja bei Gott, er ist gekommen und bald wieder zu Gott zurückgehen würde. Okay, das hat Jesus hier im Kopf. Das wird extra zweimal betont. Das hat Jesus im Kopf und jetzt geht er hin und wäscht den Jüngern die Füße. Da heißt es in Vers 4, er stand vom Tisch auf und zog sein Obergewand aus und band sich ein Leintuch um. Er hat das edle Gewand, was er besessen hat, was er offensichtlich geschenkt bekommen hat, weil es viel Besitz hatte Jesus nicht, aber er hatte ein sehr edles Obergewand. Das hat er abgelegt und hat ein Leintuch umgenommen, ist sich umgebunden, wie ein Diener. Er hat das edle abgelegt und die Kleidung von dem Diener angelegt und mit dem im Kopf, okay, ich war bei Gott, bin auf die Erde gekommen, bin Diener geworden, habe alles abgelegt, was ich im Himmel hatte, bin Diener geworden und jetzt gehe ich bald wieder zurück. Er gibt, Jesus gibt hier ein Beispiel und in Vers 7, ganz unten, heißt es nochmal, Jesus erwiderte ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber später begreifen. Also, das ist wirklich nochmal ein Bild, was Jesus hier zeigt. In Johannes 14, Vers 6 heißt es dann, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Hier heißt es auch Proston Patera. Also, das Proston Patera zum Vater, das ist diese Gemeinschaft, dieses Gott, mit Gott gegenüber sein, mit Gott angesichts zu angesichts sein. Das ist das, was Jesus uns geben will. Das ist das, was Jesus uns geben will, wo Jesus uns dazu einlädt. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater. In Gemeinschaft, in enge Gemeinschaft. Zum Vater kommt man nur durch mich. Dann ein Stück weiter hinten, im selben Kapitel heißt es, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, dann glaubt wenigstens aufgrund dessen, was ich getan habe. Was hat er denn getan? Er hat Wunder getan, über und über, noch und noch. Und er sagt, glaubt mir doch, dass ich und der Vater, dass wir ineinander sind, dass wir zusammengehören. Ich versichere euch, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Also Jesus wird Gebete erhören. Jesus wird Gebete erhören. Denn so wird der Vater im Sohn geehrt. Warum? Dass der Vater geehrt werden soll, durch den Sohn. Das sehen wir dann später nochmal. Der Vater wird durch den Sohn oder im Sohn geehrt, indem wir zu Jesus beten. Prost und Patera. Noch einmal in Johannes 14. Weil ich jetzt zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Jetzt sind wir bei unserer Stelle. Das ist die mittlere Stelle von all den sieben Stellen, glaube ich, wo das vorkommt. Denn der Vater ist größer als ich. Noch einmal, hier geht es darum, Jesus kam auf die Welt. Jesus wusste, okay, ich bin jetzt hier als Diener. Er hat alles abgelegt und geht wieder zurück. Und in Johannes 16, Vers 5, da wird es auch nochmal deutlich ausgeführt. Aber jetzt gehe ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Und hier geht es ja nicht nur um eine Sendung wie einen Propheten, sondern Jesus kam ja als einer, der schon immer existiert hat, als das ewige Wort, das beim Vater war. Doch keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. Stattdessen hat euch das, was ich gesagt habe, mit Traurigkeit erfüllt. Doch glaubt mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht weggehe, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Also Jesus ist der, der den Heiligen Geist sendet. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Und Glauben heißt, Jesus als Gott akzeptieren, wie wir später auch nochmal sehen werden. Die Sünde besteht darin, dass wir nicht an Jesus als Gott glauben. Sehen wir dann nochmal. Bitte habt es im Kopf. Das ist die Sünde, von der Gottes Geist uns überführen will und von der ich bete, dass viele Muslime noch überführt werden. Auch die Freunde, die heute im Stream waren. Die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. Johannes 16, 17 bis 20. Wie sollen wir das verstehen, sagten seine Jünger zueinander. Es dauert nur noch ein wenig und sie werden mich nicht mehr sehen. Doch eine Weile danach werdet ihr mich wiedersehen. Was bedeutet, ich gehe zum Vater, Bruston Theon. Sie überlegten hin und her, was ist das für eine kleine Weile, von der er gesprochen hat. Wir verstehen nicht, was er meinte. Jesus merkte, Jesus ist der, der merkt, was die Leute fragen wollen. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten und sagte, überlegt doch miteinander, was ich damit meinte. Überlegt ihr miteinander, was ich damit meinte. Es dauert nur noch ein wenig. Dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch eine Weile danach werdet ihr mich wiedersehen. mich wiedersehen. Ja, ich versichere euch. Amen, Amen. Lego Hymin. Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Also Jesus zeigt sich hier als der, der weiß, was in Zukunft passiert. Der weiß, was in den Leuten vorgeht, was sie fragen wollen und er gibt gleich die Antwort, schon bevor sie gefragt haben. Das ist der, der hier zum Vater geht. Der, der sowieso alles weiß. Johannes 16, 28. Ja, ich bin vom Vater aus in die Welt gekommen und ich werde die Welt verlassen und zum Vater zurückkehren. Darum geht es. Es geht um vom Vater kommen als der, der immer beim Vater war und wieder zurückgehen. Weil ich jetzt zum Vater gehe. Also wir sehen hier, wenn von diesem Prostanteion, von dieser Wortgruppe, von diesem Kontext, um den es hier geht, es geht hier um einen Kontext, wo Jesus, der Schöpfer, der die Gedanken der Menschen weiß, der die Zukunft kennt, der Gebete erhört, der geht zurück zu seinem Vater im Himmel, wo er nämlich herkam und wo er schon vom Anfang an war. Also es geht ja schon im Kontext darum, dass Jesus Gott ist, aber Gott, der auf die Erde gekommen ist. Man könnte so sagen, der heruntergekommene Gott. Hier wird nicht gezeigt, dass Jesus nur ein Gesandter ist, sondern, dass er, Gott, das Wort, vom Vater kam und zum Vater zurückkehrt. Seine Göttlichkeit wird hier gezeigt. Also das rein vom Kontext. Es geht erst mal um Gott, der auf die Welt kommt. Proston parterra. Lass mich los, so sagt Jesus dann. Ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich gehe, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und hier steht beides. Hier steht Proston theon und Proston parterra. Diese beiden, also zu meinem Vater, zu meinem Gott. Jetzt kann man so sagen, ja, jetzt wird es ja noch verworrener. Jetzt hat auf einmal Gott einen Gott. Das muss ja. Jesus ist ja, wie gesagt, auf diese Welt gekommen und hat als Mensch hier gelebt. Siehe, so heißt es in Jeremiah 32, 27, siehe, ich bin Jahwe, der Gott alles Fleisches, sollte mir irgendein Ding unmöglich sein. Er ist der Gott alles Fleisches. und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. So heißt es, Jesus ist ja Mensch, ist ja Fleisch geworden und deshalb musste er natürlich Gott sein Gott nennen, sonst wäre er gottlos gewesen, dass es Gott bewahre. Natürlich ist Jesus nicht gottlos, sondern deshalb, weil er Mensch ist, hat er Gott seinen Gott genannt. Aber das sagt nicht, dass er nicht Gott ist, sondern er geht als Gott zurück zu seinem Vater. Proston parterra. Und hier heißt es nochmal, an dieser Gelegenheit, das ist nochmal die erste Stelle, beziehungsweise dieser erste Abschnitt, wo das vorkommt bei der Fußwaschung von Jesus. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sich das Obergewand wieder an und legte sich an seinen Platz an den Tisch. Versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Und frage ich auch euch, versteht ihr, was Jesus da jetzt gezeigt hat, wenn er den Menschen die Füße wäscht, den Jüngern die Füße wäscht? Ihr nehmt mich Rabbi und Herr. Das ist auch in Ordnung so, denn ich bin es ja. Wenn nun ich, der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Ja, ich versichere euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht wichtiger als der, der ihn schickt. Wenn ihr das begreift, seid ihr gesegnet, wenn ihr es tut. Ja, hier wird es nochmal erklärt, der Sklave ist nicht größer als der Herr. Jesus ist der Diener, der Knecht geworden. Der Knecht aus Jesaja 32, 49, 53. Jesus ist der Knecht geworden und deshalb ist er nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Nicht größer als der Herr. Jesus muss natürlich sagen, Gott ist größer als ich, mein Vater ist größer als ich, weil er der Knecht geworden ist, der Sklave geworden ist und das ist genau das, was auch Paulus sagt. Manche Muslime meinen ja, Paulus lehrt irgendwas anders als die anderen Jünger. Der lehrt genau dasselbe und das sehen wir bei diesem Abschnitt ganz, ganz stark. Er war genauso wie Gott. Er war Prostanteon, er war Gott. Er war genauso wie Gott, mit Wesen. Theos en Hologos. Gott war das Wort und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab, genauso wie Jesus das Obergewand abgelegt hat und wurde einem Sklaven gleich, genauso wie Jesus die Schürze umgelegt hat. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er wurde wie ein Mensch, er wurde, ja, alle haben ihn als Mensch gesehen. Und das ist jetzt das, was hier nochmal steht, denn der Vater ist größer als ich. Meizon, größer als ich. Und wo steht das noch? Zum Beispiel in Johannes 4, Vers 12. Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob? Also das ist einfach größer, das hat natürlich einen anderen Hintergrund. An dieser Stelle, wo, ja, wo aber einfach gefragt wird, okay, größer, wer ist denn größer? Wer ist wichtiger? Wer ist bedeutender? Jesus? Die Antwort ist hier, ja. Oder dann hier, Johannes 8, Vers 53 bis 59. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham? Die Antwort ist, ja. Und er sagt auch noch weiter, wenn ich mich selbst ehren würde, wäre meine Ehre nichts wert. Doch es ist mein Vater, der mich ehrt. Es ist der, von dem ihr behauptet, er sei euer Gott. Aber die haben ihn nie gekannt. Und dann unten in Vers 58, Ja, ich versichere euch, sagte Jesus, ich war schon da, bevor Abraham überhaupt geboren wurde. Ja klar, er war von der Schöpfung schon da. Das, da hoben sie Steine auf, um ihn damit zu töten. Warum? Ja, weil er sagt, hey, also um jemanden zu töten, da braucht es eine Gotteslästerung. Aber die haben verstanden, was er sagt. Die haben verstanden, jawohl, ich bin Gott, ich bin schon, ich existiere ewig. Ich bin das, der Logos, ich bin das Wort Gottes, dass das schon ewig existiert hat. Maidzone, auch hier wieder, Johannes 13, diese Geschichte mit der Fußwaschung. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Ja, ich versichere euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht wichtiger als der, der ihn schickt. Also das ist, das ist das, was wir begreifen müssen, dass Jesus, deshalb Gott größer nennt, weil er der Sklave ist und der, der gesandt worden ist. Und Johannes 14, 28 steht auch noch das Wort. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ich gehe weg und komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich liebt, dann werdet ihr euch für mich freuen, weil ich jetzt zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Weil er der ist, der vom Vater gekommen ist. und hier Diener geworden ist. Auch hier nochmal, Johannes 15, 20, 24. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Und dann wird gesagt, ja, was den Christen geschehen wird. Aber es geht um das Verhältnis von Diener zum Herrn. Und Jesus ist ja der Diener, von dem wir reden. Es wird, das Wort kommt nur relativ selten vor, Maizone. Es kommt aber auch nochmal in Lukas vor. Interessanterweise in einem ganz, ganz ähnlichen Zusammenhang. Doch bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil. Der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe mit dem Geringsten stellen und der Führer sei wie der Diener. Wer ist denn größer? Größer, Maizone. Der, der zu Tisch liegt oder der, der ihn bedient? Natürlich der am Tisch. Aber ich bin unter euch wie ein Diener. Jesus ist der Diener, der sich klein gemacht hat für uns. Weil, weil er uns retten wollte. Denn der Vater ist größer als ich. Denn der Vater ist größer als ich. Jesus macht mehrfach klar, dass der Diener nicht größer ist als der Herr. Und Jesus macht auch in Johannes 13 beispielhaft klar, dass er seine Herrlichkeit abgelegt hat. Dass er das Obergewand, das wunderbare Gewand abgelegt hat und hat den Handtuch und den Schürzer sich umgebunden, um uns zu dienen, damit wir gerettet werden. Hier wird also nicht Jesus Gottheit verleugnet, sondern hier wird seine Inkarnation bewiesen. Also Muslime können diese Stelle nicht benutzen. Zum einen, weil ich jetzt zum Vater gehe, vom Kontext her zeigt das, dass Jesus Gott ist, weil er der war, der immer bei Gott war und dann auf die Erde gekommen ist. Also das beweist schon mal Jesus Gottheit, und der nachfolgende Satzteil, denn der Vater ist größer als ich, beweist auch nicht, dass Jesus nicht Gott ist. Das wäre ein Widerspruch in zwei aufeinanderfolgenden Satzteilen. Das ist ja Unsinn. Und auch vom Kontext her sehen wir, damit ist eigentlich nur bewiesen, dass die Inkarnation tatsächlich passiert ist, dass Jesus wirklich der Diener, der Knecht geworden ist. Wie es ja auch nochmal in Philippa 2 heißt, wo Paulus schreibt, er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde so einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Paulus lehrt exakt dasselbe, was Johannes lehrt. Weil ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Diese beiden Satzteile, die lehren zum einen und bestätigen, dass Jesus der Gott ist, als Diener auf die Erde kam, um uns in Gemeinschaft mit Gott zu bringen und dann zum Vater im Himmel zurückkehrt. Das bestätigt Jesus Gottheit und das bestätigt Jesus Inkarnation. Also dieser Vers hilft Muslimen überhaupt nicht weiter. Im Gegenteil, er beweist alles, was Muslime oder große Teile von dem, was Muslime ablehnen. Warum? Das macht Johannes am Ende von seinem Evangelium nochmal deutlich. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihm in seinem Namen das Leben habt. Im Namen von dem, der sich die Schürze umgebunden hat, um uns die Füße zu waschen, damit wir rein werden, damit wir zu Gott kommen können. Liebe Muslime, wie wollt ihr zu Gott kommen? Wie will ich zu Gott kommen? Wir sind wie dreckig vor Gott mit allem das, was wir denken, was wir sagen, was wir machen. Wir sind doch dreckig vor Gott. Wie kann Gott uns akzeptieren? Jesus ist gekommen, um uns zu waschen. Und das macht er bildlich klar, das macht dieser Bibeltext klar, das macht die Bibel von vorne bis hinten klar. Und ihr seid herzlich dazu eingeladen. Amen. W intimale Untertitelung des ZDF für funk, 2017